Hey Leute, ganz kurze Nachricht vom Balkon und zwar, ich werde jetzt mit Lukas einige Videos drehen und zwar zu Themen, die es eigentlich fast so auf YouTube nicht gibt, aber die ich halt ständig in den Kommentaren bekomme, die ich bei persönlichen Nachrichten bekomme, Handgelenksbeschwerden, Schulterbeschwerden, Nackenbeschwerden, Flexibilität, Funktionalität und das kommt jetzt nach und nach hier mit dem Experten, mit Lukas, checkt das Video ab, viel mehr mit ihm, wahrscheinlich so einmal alle 10 Tage, gebt mir Bescheid, wie es euch gefällt. Mir hat es extrem geholfen, ich habe hier und da ein paar Wehwehchen gehabt, die ist der Lukas immer am Ausbügeln, checkt's ab, viel Spaß dabei. So Leute, wir haben jetzt eine interessante Reihe und zwar eine, die man auch von zu Hause aus machen kann. Ich gebe direkt ab an den Lukas, erkläre den Leuten mal ganz kurz, was jetzt in der nächsten Zeit hier auch dazu kommt. Genau, wir gehen jetzt Gelenk für Gelenk durch und machen dort immer drei Übungen, drei Übungen, die man sowohl zur Rehabilitation nutzen kann, als auch zur Prävention. Das heißt, man kann diese Übungen vor dem Training machen, wenn man mal irgendwie vielleicht Nackenverspannung hat oder man kann die Übungen machen, wenn man einfach ein längeres chronisches Problem hat, wie zum Beispiel den Knie, Knieschmerzen. All diese Themen werden wir behandeln und beispielhaft machen wir das Ganze jetzt an der Halswirbelsäule. Das heißt, wir starten heute mit der Halswirbelsäule und machen dort Kopf- und Nackenschmerzen. Wir machen drei Übungen, die super schnell gehen, super effektiv sind, sofort spürbar natürlich. Und genau, ich würde einfach sagen, das kann man mir dir am besten zeigen, weil wenig Haar, da kann man das einfach am besten zeigen. Also, der erste Punkt, den wir jetzt nämlich nehmen, ist in diesem Bereich. Hier ist der Schädel und da geht man einfach runter, man fällt praktisch in so eine Kuhle rein. Und das kann man dann einfach selbst massieren. Das heißt, ich würde dich einmal bitten, Karl, such dir mal diesen Punkt, in diesem Bereich. Das kann man dann meistens auch selber gut merken. Man fällt wirklich in so eine kleine Kuhle rein, genau. Und dann kann man dort kreisförmige Bewegungen machen und einfach massieren. Den Druck bitte selber regulieren. Wenn es eine Schmerzskala von 1 bis 10 gibt, dann würde ich immer maximal auf eine 8 gehen. Also, wenn 10 unerträglich ist, maximal eine 8. Am Anfang würde ich sogar bei einer 5 bleiben, einfach nur ein Gefühl dafür zu bekommen. Wenn man es zu doll macht, dann macht der Muskel manchmal zu. Dann erreicht man genau das Gegenteil. Also, da ist am Anfang gerade weniger mehr. Gerne kann man mit der Zeit steigern. Wenn ihr es zu Hause macht, 60 Sekunden, kreisende Bewegung. Wir machen jetzt nicht 60 Sekunden. Das reicht auch schon, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat, einfach nur ein paar Sekunden das Ganze zu machen. Und wenn man dann hier fertig ist, dann streicht man einmal aus, Karl. Also einmal kurz hier hin streichen. Und dann kommt der nächste Punkt. Und dann stelle ich mal ein bisschen seitlich zur Kamera. Hier ist der nächste Punkt. Das heißt, hier haben wir den Punkt 1. Dann kommen wir zu Punkt 2. Der sitzt in diesem Bereich. Hier gehen wir in die Nähe des Ansatzes vom Schulterbadheber. Und dieser Muskel ist auch einer der üblichen Verdächtigen, die zu viel Stress machen. Ich würde dich mal bitten, such mal auf beiden Stellen hier einen druckempfindlichen Punkt. Auf beiden Seiten einen druckempfindlichen Punkt. Und auch hier machen wir wieder kreisende Bewegungen. Du passt die Intensität an. Wie gesagt, niemals mehr als eine 8 auf einer Schmerzskala von 1 bis 10. Und gerade wenn du es das erste Mal machst, reicht eine 5 völlig aus. Kreisende Bewegungen. Erstmal auch egal, in welche Richtung. Einfach Hauptsache, dass eine Massagewirkung an druckempfindliche Punkte in diesem Bereich kommt. Das gibt schon einen sehr relaxierenden Effekt. Also die Muskulatur lässt einfach mit der Zeit etwas los. Genau, wenn man da die 60 Sekunden voll hat, gilt wieder dasselbe. Wir streichen einmal kurz einfach aus. Und dann kommt die letzte Übung. Dafür kannst du dich einfach frontal vor die Kamera stellen. Denn wir nehmen einfach die Hände an die Schläfe und massieren einmal die Kopfhaut. Das ist gegen Kopfschmerzen super gut. Gerade wenn man die Schläfe noch so ein bisschen mitnimmt. Und da auch einfach wieder kreisende Bewegungen. Da sieht man ein bisschen witzig bei aus. Aber es hilft. Genau, das Ganze noch 10 Sekunden. 10, 9, wenn ihr es zu Hause macht, gerne auch 60 Sekunden gehen. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, dann kannst du einmal so runter streichen wieder zum Abschluss. Und die, das sind drei Punkte, die wir jetzt gemacht haben. Erster Punkt, Schädel hier. Dann hier in der Mitte. Und am Ende die Kopfhautmassage. Und diese drei Übungen genau in dieser Reihenfolge, genau in dieser Kombination sorgen dafür, dass der Kopf freier wird. Wie fühlt es sich für dich an? Komplett frei. Und was für Leute haben dieses Problem meistens? Also kommt dieses Problem nur, indem man in die Fehlhaltung reingeht mit dem Kopf, mit der Halswirbelsäule? Oder kommt es auch wirklich im Endeffekt durch Stress? Also, das ist natürlich, ist diese Position am PC dafür präsentiert, dass man hier Beschwerden bekommt. Ja, das heißt, wir sind eigentlich alle davon betroffen. Sowohl Studenten als auch Büroleute. Ja, aber, und das ist ganz wichtig, es kann auch von Training kommen. Wer kennt es nicht? Einmal eine mini falsche Bewegung gemacht. Und dann eignet sich das vor dem Training. Ja, also wenn man gerade so Nackenverspannung hat oder irgendwie Kopfschmerzen, eine Matschscheibe hat, irgendwie das Gefühl hat so, ey, man ist auch extrem unmotiviert. Einfach mal diese Punkte machen. Dann fühlt man sich freier, hat viel mehr Power und kann im Training richtig loslegen. Das weckt auch wirklich auf. Ja, genau. Also nach Aufstehen wäre es auch sogar eine Variante. Und das Geile ist einfach, es ist sofort spürbar. Einfach auch gerne jetzt direkt ausprobieren, weil das, was man spürt, das macht man auch. Es gibt ja tausend Übungen, die man machen kann, wo man einfach denkt so, ja, hat es was gebracht, weiß ich nicht. Aber das ist sofort spürbar und deswegen kann man dafür auch eine sehr gute Motivation finden. Wenn ihr mehr solche Sachen sehen wollt, Leute, einfach einen Daumen hoch geben. Drunter kommentieren. Wir werden hier alle ein, zwei Wochen in so ein Video bringen. Auch gerne mit dem Lukas vorbeischauen. Der hat mehr solche Themen. Und mal ganz kurz, wie würdest du dich selber bezeichnen? Nochmal. Wie ich mich gerne bezeichne, ist einfach wirklich als Sport-Reha-Trainer. Ja, weil das ist einfach mein Hauptbereich. Ich habe viele Profiathleten, die ich aus Verletzungen wieder zu neuen Leistungsspitzen gebracht habe.